Hallo und Herzlich Willkommen aus Google's Build. Wir sind dabei den Kultiplexiever zu bauen. Und erstmal reiße ich hier ein Teil der Konstruktion vom letzten Jahr ab. Denn die ist doch ein bisschen umfangreich geworden, sodass man nicht an alle Leitungen rankommt. Da wir da ja später noch Müpiter reinlegen müssen. Naja und deswegen wird das halt einmal neu gebaut. Und sollte dann besser funktionieren. Letztes Wochenende ist leider keine Folge rausgekommen. Das habe ich ein wenig verplant. Aber dafür kommt auf jeden Fall diese und nächste Woche. Da baue ich hier schon. Ich habe nämlich gleich in der Doppelfolge aufgenommen. Das macht so bei den Speedfolgen finde ich eigentlich mehr Sinn. Es dauert zwar, aber... Was will man machen? Ja, ich habe längere Zeit schon nicht mehr gebaut gehabt. Die ersten 7 Folgen sind vor etwa 2 Monaten entstanden. Und deswegen bin ich da immer, oder bin ich zur Zeit nicht so ganz hundertprozentig da drin. Wie man an manchen Stellen auch sieht. Wie man an manchen Stellen auch sieht. Aber das wird alles nach und nach. Ähm, an der der zweiten sieht man nochmal einen relativ großen Fail von mir. Da habe ich einfach mal weiter falsch gebaut. Äh, aber gut. Diese und nächste Folge wollte ich, weil das eigentlich das gleiche ist, wie wir schon vorher gemacht haben. Äh, über ein anderes Thema quatschen. Ihr habt ja, äh, bestimmt von den Schulden und Finanzkrisen mitbekommen. Und, ähm, da möchte ich erst ein wenig erklären, wie das denn eigentlich dazu kommen konnte und so weiter. Und, äh, halt eine Lösung dafür. Ich hoffe, ich, äh, bekomme das hin. Insgesamt, äh, haben wir dafür halt etwa eine halbe Stunde Zeit. Von der ich jetzt auch schon wieder ein bisschen was verquatscht habe. Aber, was will man machen? Ansonsten hängen wir halt noch eine dritte Folge daran. Da die nächsten drei Folgen hier derartige Highspeed-Folgen werden. Also, ähm, ich überlege gerade, wie ich anfangen soll. Wahrscheinlich, äh, wie es zu sowas kommen kann. Das hängt nämlich, ähm, zusammen wie Banken funktionieren. Also, Banken funktionieren so, dass sie Geld schaffen können, wenn sie einen Kredit vergeben. Ähm, das läuft dann etwa so, dass, äh, sie zwei Konten erschaffen. Auf einem ist, äh, ich sag mal positives oder real existierendes Geld. Und auf dem anderen, äh, negatives. Also, ich sag mal, ein Konto mit 100.000 Euro und eins mit minus 100.000 Euro. Und, ähm, das können sie nicht beliebig oft machen. Da gibt's Vorgaben. Und, ähm, die bewirken, dass sie zum Beispiel, ja, ich sag mal 10% Eigenkapital haben. Wie viel das, äh, genau ist, weiß ich nicht. Aber 10% ist, glaub ich, ein guter Wert. Also, wenn sie 10.000 Euro haben, können sie dafür Kredite im Wert von 100.000 Euro ausgeben. Äh, dadurch, dass es da Zinsen drauf gibt, kriegt die Bank natürlich Gewinne. Ähm, die muss ich nochmal umbauen. Und macht damit im Endeffekt sogar Plus. Also, ähm, abzüglich dem, was sie den Mitarbeitern zahlen und so, macht sie einen kleinen Gewinn. Ähm, ja. Da kommt das dann, äh, zu einem Problem, wenn das, äh, so weit geht. Also, die können natürlich, wenn die dann nicht mehr, äh, Geld haben, sich bei der Zentralbank Geld leihen. Oder mit weiteren Kredite, äh, zu finanzieren. Und müssen dabei an die Zentralbank, äh, Geld bezahlen. Funktioniert, äh, genauso. Ja, als würden, äh, wie sich woanders Geld leihen. Ich glaube, als Sicherheit müssen die eventuell Wertpapiere oder sonst was, äh, dahinterlegen. Aber, das sei mal dahingestellt, darauf kommt es gar nicht an. Sondern, äh, die Zentralbank nimmt natürlich auch Zinsen von den Banken. Nicht viel, sehr viel weniger, als wir bei den Banken zahlen müssen. Das sind, glaub, also die müssen, glaub ich, etwa zur Zeit, äh, 0,25% Zinsen bezahlen. Deswegen sind die Zinsen für Spare auch, äh, nahezu bei Null. Und, ähm, dadurch kommt es dazu, dass, ähm, die Banken sich eben das Geld leihen, äh, dadurch Kredite verteilen können. Und, ähm, dadurch entsteht quasi ein Fluss, äh, an Geld zu den Banken hin. Ja, ähm, von den Banken geht der Fluss noch weiter zu den Zentralbanken, wenn sie sich dort weltleihen. Sie können natürlich auch dort, äh, zwischenzeitlich was, ich sag mal, zwischenparken. Gibt aber auch kaum Zinsen da drauf. Ach, hier sehe ich schon wieder einen Fail. Ähm, ich muss das Ganze noch einen nach hinten setzen. Werde ich da gleich tun. Ähm, also da gibt es halt kaum, äh, Zinsen. Und, ähm, schlechte Weiterleitung. Nun habe ich mich wieder aus dem Konzept gebracht, verdammt. Also, ähm, die Zentralbanken, äh, verleihen eben dann Geld an die Nummer, äh, äh, ja, Geschäftsbanken heißen die, glaube ich. Und darüber, ähm, finanzieren sich die Geschäftsbanken teilweise und, äh, können dann eben höhere Kredite vergeben. Das wird immer ganz gerne gemacht, denn, ähm, also auch von den Zentralbanken her. Denn dadurch, ja, man könnte sagen, lebt quasi die Wirtschaft. Denn, äh, irgendwie muss dann ja auch das Geld, äh, zu den, äh, also über die Banken geht das dann zu den, äh, Unternehmen. Die dann, äh, wieder höhere Anschaffungen machen können und so weiter. Das ist so die grundsätzliche Idee, weswegen zur Zeit auch die, äh, Zinsen, die die, ähm, Zentralbanken weltweit haben, ziemlich niedrig sind. Eben um die weltweite Konjunktur anzukurbeln, die ja nach der letzten Bankenkrise ziemlich eingebrochen ist. Ähm, immer noch nicht so richtig. Also, äh, die, ähm, Banken müssen, äh, sehr wenig, ähm, Geld zahlen, um, äh, mehr Geld verleihen zu dürfen. Was eigentlich, wenn das dann ausgenutzt wird von den Unternehmen, den, äh, äh, Gewinn dieser, ähm, erhöht. Also der Banken. Und, äh, die Unternehmen können natürlich auch, wenn sie Kredite aufnehmen, mehr investieren und, äh, hoffen auch dadurch mehr ausgeben zu können, äh, beziehungsweise mehr einzunehmen. Ähm, das Ganze ist jetzt aber so, dass, ähm, die Zentralbanken ja irgendwie Geld abschöpfen. Dadurch, dass sie halt auch Zinsen nehmen. Ich bin mir nicht sicher, irgendwie wird das, glaube ich, äh, zwar wieder, ähm, wie heißt es, abgeschöpft und an die Staaten verteilt. Aber wie genau, das weiß ich leider gerade nicht. Aber zumindest, also, da habe ich, äh, auch nicht viel zu gefunden. Zumindest wird aber dadurch, dass, ähm, von den Banken Geld verliehen wird, äh, und die nicht eben so viel haben müssen, äh, die Geldmenge dem Umlauf ist gesteigert. Was dann, äh, dazu führt, dass eigentlich, ja, mehr Geld als eigentlich vorhanden ist, kann man damit ja nicht sagen, weil die ja Geld erschaffen können. Aber es ist zumindest mehr Geld als vorher vorhanden. Wenn das wieder bei einer Bank angelegt wird, dann, äh, führt das dazu, dass, äh, die noch mehr Geld verleihen können und so weiter. Ähm, und dadurch, dass das halt, äh, alles fließt, ähm, nimmt die Geldmenge quasi zu. Das, äh, hört man dann auch immer wieder, dass die existierende Geldmenge gestiegen ist. Das mag ja sein. Aber gleichzeitig, äh, steigen eben durch dieses Prinzip auch die Schulden, die irgendwer, äh, hat. Seins Staaten, seins, äh, Privatleute, seins Unternehmen. Und das muss halt irgendwie, meines Erachtens nach, in den Griff bekommen werden, dass Geld quasi geschaffen werden kann. Ähm, ohne dabei, ähm, oder man muss halt irgendwie Geld schaffen. Und das Ganze, äh, äh, muss sich halt irgendwann tragen können. Also Inflation ist ja auch so gewollt mit, ich glaube, 2%. Eben damit, äh, mehr Geld ausgegeben wird, als man irgendwie, äh, hat. Ne, das ist falsch gesagt, also damit Geld ausgegeben wird. Und, ähm, also sonst würden die ganze Investitionen zurückgehalten werden, wenn die, wir zum Beispiel eine Deflation haben. Also den Unterschied davon. Und die beträgt, sagen wir mal, 2%. Das ist, als würdest du, wenn du dein Geld einfach behältst, 2% Zinsen darauf bekommen, ohne irgendwas zu machen. Und bevor du das dann, äh, ausgibst, denkst du dir natürlich, dann halte ich das mal zurück und kann mir dafür dann, ich sag mal, in einem Jahr ein bisschen mehr kaufen. Äh, also ist halt Inflation angestrebt. Und, äh, das läuft eben über die Kreditvergabe der Banken. Die dadurch natürlich, äh, Gewinne einfahren. Was die ja auch gerne dürfen. Aber, äh, die Schulden steigen halt dadurch. Und dadurch kann es dann zu irgendwelchen, ähm, ja, Finanzkrisen kommen, dass einfach, oder halt, äh, ich sag mal Schuldenkrisen, wie wir das jetzt hier in der EU haben. Alle haben Schulden, oder quasi alle haben Schulden. Und die Schulden, äh, übersteigen eigentlich sogar das verfügbare Geld. Also, äh, was kann man dagegen machen? Meine Idee wäre jetzt, dass man, ähm, quasi Geld neu druckt. Und zwar nicht, äh, wie bisher, dass man da niedrige, ähm, Zinsen oder so macht. Weil, das, äh, äh, verschärft das Problem hier eigentlich nur. Da, äh, die Zentralbanken eben, äh, äh, wieder Geld abführen damit. Es wird ja aus dem, äh, äh, Geldkreislauf rausgenommen. Ähm, verdammt, ich weiß grad wieder nicht. Also, das Geld wird ja aus dem Geldkreislauf rausgenommen. Und dem muss man ja irgendwie entgegenwirken, eigentlich. Also, man muss neues Geld irgendwie schaffen. Und zwar nicht dadurch, dass, äh, neue Schulden gemacht werden. Weil, dann können wir wieder in den gleichen Kreislauf rein. Was gibt es dann sonst noch für Möglichkeiten? Man könnte einfach das Geld schaffen und, äh, verteilen. Da ist aber die Frage, wer das bekommt. Und da ist eine globale Lösung gefragt. Also, ich sag mal, wir geben jetzt, äh, jedem Bewohner der Welt in einer, machen wir es einfach mal in einer Kunstwährung. Wie auch immer wir die nennen wollen. Credits oder sonst was ist im Science Fiction Bereich immer gerne genommen. Ähm, also erschaffen wir in dieser Kunstwährung, oder erschaffen wir erstmal diese Kunstwährung. Das Problem ist nur, wenn wir sie einfach nur, äh, erschaffen und übrigens festmachen und darin, äh, Geld erschaffen. Dann, äh, fällt die Währung ziemlich schnell ab. Also im Vergleich zu anderen. Weil es gibt, äh, einfach in Massen. Äh, und, ja, du kannst sie halt in andere umtauschen. Die ist aber nicht, die nicht häufiger werden. Da es, äh, der Trick dabei ist, das, äh, haben zum Beispiel die Schweizer, ähm, immer gemacht. Die haben ihre Währung einfach an den Euro gekoppelt. Da müssen dann die Zentralwanken für einen stehen. Und sagen, hier, wir tauschen das immer zu einem festen Wert. Und, ähm, also genau das muss halt dann mit dieser Währung geschehen. Dass sie immer zu einem festen Wert, oder nahe zu festen Wert in andere Währungen getauscht wird. Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, ähm, wir koppeln diese Währung an die... ...fünf weltweit meistgehandelten. Dadurch hat das nämlich, äh, eine gewisse Stabilität, die nicht nur mit einer Währung zusammenhängt. Wie zum Beispiel dem Dollar oder so. Der wird ja sonst häufig genommen. Das Problem ist nur, wenn dann irgendwas mit dem Dollar passiert und der abfällt, dann fällt auch diese Kunstwährung ab. Außerdem könnte man das Ganze dann auch in der jeweiligen Währung, an die man das gekoppelt hat, ausgeben. Wenn wir es also irgendwie, äh, an mehrere koppeln, wird das Ganze dadurch stabiler, egal wie viel wir erschaffen. Und kann dann halt, äh, bei den Zentralbanken oder so bei den Banken entsprechend getauscht werden. Oh, ich seh grad, Folge ist zu Ende. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wo ich weitererzählen werde. Bis dann! Tschüss! Wir werden uns cw. ...verdässt. Nein, bein – du, du, du you, du, 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 nierst. Vielen Dank.